Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Person Trainer aus Karlsruhe, bekannter aus Mr. T. Heute zum Thema, kann ich als 40, 45, 50 oder 65-Jährige noch Muskelmasse aufbauen? Ganz klare Ansage, ja, können wir, ganz klar. Und zwar, warum? In der Regel kommen zu mir Menschen 40, 45, 50, 55, 60, waren 20, 25 Jahre inaktiv, ernährungstechnisch eine Katastrophe, bewegungstechnisch, kraftredestechnisch, komplett daneben, meistens nicht viel gemacht. Und ihr nehmt sich jetzt vor, jetzt will ich wieder. Jetzt nehme ich die Zeit, mir was für meine Body zu tun. Und dann kommt als erste Frage, kann ich Muskelmasse aufbauen? Ja, das kennt ihr, aber folgende Ansage auch für euch, folgende wichtigen Tipps für euch, konzentriert euch als allererstes Mal in der Regel überhaupt darauf, in den ersten, ersten Vierteljahr eine saubere Struktur aufzubauen, regelmäßig in Sport zu gehen und eure Ernährung entsprechend zielorientiert umzustrukturieren. Wenn ihr das 8-10 Wochen gestaltet habt und das alles locker abläuft, ohne dass ihr daran zerträgt, dann nehmen wir uns das nächste Ziel vor und das ist in der Regel die Gewichtsreduktion. Genau, warum? Weil die meisten kommen, haben nichts getan, haben falsch gegessen, haben zu wenig gegessen, was auch immer, stoffwechselnegativ angepasst und haben zu viel Kaumasse aufgebaut. Und kommen in der Regel mit 10, 15, 20, 25 bis zu 30 Kilo mehr an Körpergewicht, wie sie eigentlich haben sollten. Das ist kein aktives Gewicht, das ist passiv, das ist unschön. Und das müssen wir als erstes Mal abbauen. Somit nächstes Ziel, in dem nächsten Vierteljahr, halbes Jahr, dreivierteljahr, bis zu einem Jahr, je nachdem, welche Menge ich an passiver Masse mitbringe, ist das nächste Ziel, Körperfett zu reduzieren. So, da wächst auch schon das ein oder andere Gramm an Muskelmasse und dann käme das nächste Ziel zu sagen, okay, jetzt haben wir eine gute Basic, wir haben alles sauber strukturiert, der Körper sieht schon relativ lean aus, jetzt können wir darauf Muskelmasse aufbauen, nächste Orientierung, nächste Priorität, essenstechnisch, ernährungstechnisch, Muskelaufbau, somit in der Regel muss die Nährstoffzufe etwas angehoben werden und die Trainingsplanung umstrukturiert Richtung Muskelaufbau. So, warum nehmt ihr Muskelmasse mit der Zube aus einem ganz einfachen Grund? Ihr habt über Jahre hinweg die Wachstumshormone zu wenig benutzt, ihr wart inaktiv, ihr habt schlecht ernährt, ihr habt vielleicht noch schlecht geschlafen, Alkohol getrogen, Nikotil noch, geraucht, was auch immer, somit habt ihr die Wachstumshormone, die im Laufe des Lebens sowieso weniger werden am 25. bis 30. Lebensjahr, haben sie nur noch ungedrückt, ihr habt sie nicht benutzt, ihr habt sie nicht zentensiert, weil ihr nicht die Vorgabe gegeben habt. Das macht ihr jetzt durch intensives Training, durch die gute Ernährung und durch guten Schlaf. Und schon entstehen wieder hier Wachstumshormone und die helfen euch bei der Fettverbrennung beim Muskelaufbau. So einfach ist das. Jawohl, aber nur unter Voraussetzung, wenn ihr es richtig macht, wenn ihr alle Parameter einhaltet, die man einhalten soll, im Bereich der Ernährung, im Bereich des Trainings. Und wenn ihr es nicht wisst, es funktioniert, dann gibt es einen, den kenne ich, der heißt Mr. T und der hilft euch dabei. Das zum Thema, kann ich mit 50, 50, 60 die Muskelmasse aufbauen? Ja, das könnt ihr. Bis dahin macht's gut, Andreas Riemacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T zum Thema, du als 50-jähriger Muskelaufbau, ja, das ist möglich.